So, in dieser Zeit, da waren die Festspiele und die Schubertiade, war super, weil auch heute, bis heute war es super, aber in dieser Zeit, wir hatten Besuche von all der Welt, von New York, Rotterdam, japanischen Menschen, Similei, warte, Entschuldigung, und bis die Schubertiade und die Festspiele sind fertig. Wir haben ein anderes, wunderschönes, spezielles Gäste, Publikum von allen Vorarlbergs, Montafon, Bregenzer Wald, von Deutschland, Italien auch, klar, und Österreich und Holland. Wir haben viele wunderschöne und spezielle Besucher, weil auch mit deiner Präsentation, mit diesem Poster, das ist wie eine Visit-Karte. Und mit dieser Visit-Karte waren, sind ihr spezielle Gäste, immer, jeden Tag. Und Menschen kommen ein, zwei, drei, vier Mal und bleiben hier eine Stunde, zwei Stunden. Ist so speziell. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar.